Jetzt muss man das verschieben, ich muss dann bloß weg, dann müssen wir das verschieben, dann machen wir das auch anders mal, aber auch am Skype. Also pass auf, es ist immer dasselbe Problem, das ist die Erkenntnis, was du selbst bist, du bist viel zu sehr noch verhangen in der Verwechslung mit der Heidemarie, erstes und zweites Gebot. Und ich habe in den letzten Selbstgesprächen, das hat bei einigen richtige Hammerschläge getan, auch dieses fordert dein Wille geschehe, begehst du einen großen Fehler, weil du nämlich schon wieder einen Gedanken von dir, den du dir denkst, den du Gott nennst und wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Du musst das begreifen, ich erkläre es jetzt, den Geist, der sich jetzt in diesem Moment die Heidemarie und den Udo ausdenkt und du kannst nur feststellen, dass du noch glaubst, du bist die Heidemarie und zwar du bist bloß die Heidemarie, darum ist jetzt der Udo, das Bitzelmännchen, dieser Gedanke, den du denkst, die Heidemarie ist auch ein Gedanke, aber dieser Gedanke steckt noch in dem Gefängnis der Heidemarie drin, in dem Kopf. Du schaust nur aus die Augen der Heidemarie raus, das ist das, was du verwirklichst. Und wichtig ist, du Geist musst jetzt verstehen, dass das alles, was ich dir sage, kannst du Geist sofort überprüfen. Es ist keine Frage des Glaubens. Das heißt, das, was du jetzt real sinnlich wahrgenommen, als sinnlich wahrgenommene Information wahrnimmst, ist das, was deiner Verabrede, die ist hier Schluss, das ist, weil du das denkst. Und ein Stück vor dir ist der Computer und das Bitzelmännchen Udo. Und dann hast du jetzt natürlich im Kopf den Udo, den du dir nach Weißenburg denkst, aber das Weißenburg ist auch bloß in dir drin. Du hast, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Diese Informationen erschaffst du selber. Ich wiederhole immer wieder dasselbe. Du bist, du Geist, den ich das erzähle, wohlgemerkt, du bist der Gott für jeden Gedanken, den du denkst, wenn du Gott für Schöpfer nimmst. Aber, und jetzt kommt das Aber, du bist ein Gott unter Zwang. Und ich sage jetzt einmal, jetzt mache ich es einfacher. Das ist so neu, das ist Holofeeling, das ist vollkommen neu. Und wir müssen jetzt gar nicht Wörter auffächern, so wenig wie du jetzt wissen musst, wie dein Computer in der Datenstruktur mit den Zahlen und der ganzen Elektronik funktioniert. Du musst das Grundprinzip verstanden haben. Darum nenne ich das Beispiel den träumenden Geist. Das ist schon ein ausgedachter Schöpfer. Der träumende Geist ist der Schöpfer für alles, was er träumt. Aber er ist ein ausgedachter Schöpfer. Und alles, was ausgedacht ist, ist ein Das, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Dann wird es so sein, wie der Kugelschreiber das schreibt. Aber der Kugelschreiber kann sich nicht raussuchen, was er schreibt. Und du träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Jetzt musst du nur das Vertrauen haben, dass alles, was in deinem Traum passiert, was du träumen musst, ist zu deinem Besten, um dich wach zu machen. Ich weiß, ich mache jetzt mal, pass auf, um ein bisschen weggehen zu dir, die Heidemarie. Ich denke mir jetzt mal an Peter Fetting aus. Der ist auch nur ein Gedanke. Der Mann leidet ohne Ende. Ich mache jetzt nur Worte. Der Gedanke, Peter Fetting, die wir uns jetzt denken, ist nur ein Gedanke. Bevor du nicht verstanden hast, dass niemals irgendeine Information von dir mitbekommen kann, was du träumst. Die Informationen kriegen das nicht mit. Die werden immer nur dann sein, wenn du sie denkst. Informationen meine ich jetzt zum Beispiel an Menschen, egal wen du dir denkst. Ich könnte jetzt sagen, wir denken jetzt mal an den Peter Fetting oder wir denken an die Heidemarie Grönbaum. Interessant ist ja schon dein Name. Da bist du noch gar nicht. Das Grüne, der Irak ist ja eigentlich die Mitte. Das Greenwich. Denk an das Blau und das Gelb. Gelb ist immer, wo die Sonne aufgeht. Blau, wo sie untergeht. Und in der Mitte haben wir das Grüne. Und Grün, Irak, heißt ja ausspucken. Du studierst doch Holophilic. Du spuckst dich doch selber auf. Du baust in dir Bauem. Einen Baum. Baum übrigens auf hebräisches Etz. Eine augenblickliche Geburt. Das ist jetzt der Körper der Heidemarie, die du dir ausdeckst. Nomen ist Omen, Kleines. Ich bin ja nicht umsonst in dir aufgetaucht. Und jetzt ist es, die Verwechslung mit dem Körper ist so intensiv. Ich könnte jetzt als Udo sagen, mir geht es auch. Ich habe hier seit Monaten, jetzt reden wir Brösel. Nur Worte. Nur Worte. Ich habe seit Monaten hier ein Riesengeschmür. Das ist total aufgespannend. Ich kann fast nicht schlucken. Und darum bin ich das Beispiel, liebe deine Feinde. Heißt, du musst noch merken, wie einseitig dein Programm noch werdet, wie du noch ich will und ich will nicht drin bist. Und ich habe in dem letzten kurzen Selbstgespräch von gestern jetzt gedacht, mit dem Holger kommt ein schöner Satz, dass diese Bärchen, Frieden und Krieg, Sonnenschein und Regen, du musst vollkommen wertfrei werden. Du definierst den Krieg als Böse und den will man nicht. Und wenn du das zerstörst, zerstörst du das mit. Das ist eine Welle. Und dann habe ich dir einen schönen Satz gesagt, ich sage ja so oft hier, Sonnenschein und Regen, was ist besser? Frag am Bauern. Du weißt, wie oft ich das wiederhole. Und der Bauer schaut dich an und sagt, was ist das für eine blöde Frage? Ich brauche doch, dass was wächst, wach wird, dass was wachsen kann. Auch der Geist wächst immer mehr. Nicht quantitativ betrachtet, qualitativ. Dann kann ich nicht sagen, ich brauche das und das andere brauche ich nicht. Dasselbe ist mit Frieden, ist Wachstum und Krieg ist Zerstörung. Das ist wie Sonnenschein und Regen. Und wenn jetzt ein Bauer sagt, ich will keinen Regen mehr, ich finde, dass meine Felder nass waren. Die Schwierigkeit ist, dass dein Programm dich aufzwichtet ist, als negativ zu sehen. Du hast jetzt zum Beispiel die Zerstörung oder die Krankheit als Feindbild. Und jetzt kommt das große Problem, dass immer, ich merke ja, ich schaue das an Mechanismus. Ich mache mich jetzt so an ganz normalen Menschen, um dir das vorzumachen, als mich, als Dummy, dass du immer, ob das die Hüfte ist, ob du die Knie hast, wenn ich nicht laufen kann, mit der Ferse Schwierigkeiten, wir waren halt nicht jünger, dann sitzt du und du denkst nicht an das Zeug. Dann ist dein Körper auch nicht da. Du bist ja der Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Und der Witz ist wirklich, dass deine ständig wechselnde Information, das ist dein neuer Körper, wenn du das verstanden hast. Und nicht nur der Gedanke an den Körper von der Heidemarie. Das ist ja nicht einmal der Körper des Heidemarie-Programms, das ist ja nur der jetzige Körper, weil du hast ja jüngere auch schon gehabt, die du dir natürlich auch immer nur jetzt ausdenken kannst. Und sobald du jetzt sagst, das Problem ist, du musst dir eingestehen, du willst noch gesund sein, du musst dir eingestehen, dass du noch sehr, sehr viele Feindbilder hast. Du musst dir selber bewusst machen, dass du immer noch, immer noch ganz felsenfest davon überzeugt bist, dass es dir besser geht, wenn diese Einseitigkeiten, die dein Programm dir aufzwingt, dass du zum Beispiel gesund bist, dass du glücklich bist, dass es dir dann besser geht. Besser ist es gegenteil von schlecht. Gesund ist es gegenteil von krank. Du musst irgendwann einmal dir die Heiligkeit bewusst machen und dein Körper ist dann heil, wenn er weder gesund noch krank ist. Um jetzt zu überprüfen, ob der Körper der Heidemarie gesund oder krank ist, musst du erst einmal an den Körper denken. Und dann schaust du nach und sagst, mir geht es scheiße. Oder mir geht es gut. Aber wenn es dir gut geht, das ist eine Definition von einem Gefühl, das sind dir oft auch das Gegenteil von schlecht. Und dich sollen diese zwei Seiten, die eine Seite, die du anschaust, ich sage immer, wie dir positiv und negativ, sollen dich gar nicht mehr interessieren. Das heißt, dieses Liebe deine Feinde heißt, dass du wertfrei schaust, dass du zuerst einmal schaust, welche Information da ist, die ist einfach nur, das sage ich. Es gibt, es ist, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film und es gibt kein gutes und kein schlechtes Leben. Dein Leben ist wie ein Film. Und es läuft einfach in Einzelbildern, in Einzelmomenten. Und jetzt kommt, dass manche Momente zusätzlich noch eine Definition kriegen von deinem Ego, dass du sagst, es ist schön oder hässlich oder gut oder böse. Und dann ist diese Wertung, ist auch einfach nur für den, der schaut. Der Witz ist, dass wenn du wertfrei schauen kannst, und das ist jetzt nicht was, das ist schwer zu verstehen, solange du jetzt als Heidemarie sagst, das ist gut, ist für dich das bloß gut und du kannst dir natürlich dann das Schlechte, das du ja nicht haben willst, das du verdrängst, bewusst machen. Einer, der schaut, wie gewertet wird, der sieht auch diese Perspektive, aber er hat sofort im selben Moment das Ganze im Hintergrund. Pass auf, ich mache nochmal meine Küche. Das sind simpel Beispiele. In dem Moment, wo jetzt einer behaupten wird, das ist ein Herd, dann siehst du, wenn du siehst, dass er eigentlich von einer Küche spricht, auf der höheren Ebene, aber er sagt, das ist ein Herd oder das ist ein Salzstreu oder das ist ein Bett, dann denkt er wahrscheinlich an ein Schlafzimmer. Also der Hintergrund, der Ordner, wo du das entspricht, in dem Moment, wo du wertfrei schaust, dass Menschen jetzt sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist krank, das gibt es nicht ohne gesund. Bleib mal bei hell und dunkel. Du schaust jetzt zum Beispiel und sagst, das ist hell. Nein, es ist heute. Und das heute, jetzt genau zuhören, der Adam wird doch aus dem Paradies rausgeschmissen, mit der Eva. Okay, das ist jetzt der ausgedachte, träumende Geist. Das Paradies ist der Geist, das Zentrum, in dem sich das abspielt. Und jetzt schmeißen wir den Adam aus dem Paradies raus. Adam ist ja männlich und weiblich, was er eigentlich bloß heißt, denke und ausgedacht ist. Das heißt, wir denken uns jetzt einen träumenden Geist aus und ein ausgedachter Adam. Das ist der träumende Geist, von dem ich rede und du musst dich jetzt zu einem Adam machen, aber der bist du nicht. Du bist der, der sich jetzt erst einmal zu einem Adam denkt und der wird aus dem Paradies rausgeschmissen und dann heißt es, und sie machten sich ein Kleid aus Or, aus Fell. Kannst du dich da dran erinnern? Wir haben das Wort Or, pass auf, ich übertrage da mal schnell den Bildschirm. Das geht mir jetzt nicht, dass du das Hebräisch machst, sondern ich will dir zeigen, wie perfekt das ist. Dieses Kleid aus Fell, wir haben einmal das Or, das schreibt sich A-U-R, das ist das Licht. Siehst du das? Das A-U-R, hast du mein Bild? Ja, ja, ich habe das Bild, aber meine Augen sind sehr schlecht. Aber kannst du das lesen eigentlich, Herr Maus? Ja, das sind die, ja, Normen, Beleuchtung. Das ist gar nicht, schau, dieses Or heißt erst einmal einfach nur Licht. Okay. Okay, das ist Or, mit allem vorne geschrieben. Jetzt pass auf, der Adam wird aus dem Paradies rausgeschmissen und dann macht sich Adon und Eve heißt es, sie machen sich ein Kleid aus Or, aus Fell. Das wird auch Or, das wird aber mit einer 70 vorne geschrieben. Das ist die Haut, das Leder. Dasselbe Wort hast du auch blenden und blind machen. Was hier wichtig ist, pass auf, diese Heute, in die du dich einfühlst, das ist das ewige Heute. Das Heute, heute, der Tag, heute ist Tag und Nacht gleichzeitig. Und das sind die Heute, in die du dich einfühlst. Das Problem ist, dass du sofort wieder einseitig bist, in dem Moment, wo du nämlich schaust, sagst du, es ist hell oder es ist dunkel. Es ist Tag oder es ist Nacht. Das ist nicht anders, ob ich jetzt an heute denke und ich sage, heute ist hell. Das stimmt nicht. Das ist im selben Moment auch finster. Denk an meine Erdkugel, die mit dem Licht angestrahlt wird. Sobald du dich erhebst und der Dritte, der ausgeschlossene Dritte, wirst du nicht mehr sagen, hell und dunkel wechseln sich ab. Du wirst auch nicht mehr sagen, Gesundheit und Krankheit wechseln sich ab. Du musst das chronologische Denken überwinden und das hast du dann überwunden, wenn du absolut bewusst im Jetzt bist, dass du weißt, jeder Moment ist jetzt und von dem Jetzt siehst du immer nur eine Hälfte. Das ist das hell, dunkel, hell, dunkel, einatmen, ausatmen, gesund, krank und das ist in dir noch nicht installiert. Das ist dein Problem. Du kannst nichts tun als Heidemarie, weil die Heidemarie ein Gedanke ist. Der Gedanke, den du denkst, ist immer dann, wenn du ihn denkst. Ich spreche mit dem Geist, der sich die Heidemarie ausdenkt. Das hast du jetzt genau genommen, ich spreche in dem Moment mit mir selbst, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Das ist der große Unterschied. Das ist mein großes Unterschied. Und der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke von dir und die Heidemarie auch. Und ich bin mit Sicherheit der Einzige. Heidemarie, noch mal, ich bin der, der ich zu sein behaupte. Das ist schon die Tatsache, weil ich dich darauf hinweise, dass ich nicht irgendein Gedanke bin, den ich mir denke. Gleichgültig, ob ich mich jetzt als Heidemarie oder als Udo denke. Bloß, wie oft erzähle ich, das ist der JCH und der ICH. Das sind ja zwei Ich, einmal mit dem I und einmal mit dem J. Gott. Der Ich, das Ich, das rote Ich träumt jetzt und in seinem Traum verwechselst du, du verwechselst dich jetzt mit der Heidemarie und hast bis jetzt nur die Informationen von der Heidemarie erlebt, weil in dir das Programm, der Schwamminhalt von der Heidemarie läuft. Ich bin der, der dich das träumen lässt, der dir das gegeben hat, dieses Leben. Jetzt tauche ich in deinem Traum als Udo auf. Dieser Gedanke, den du denkst, denkst du, weil ich dich jetzt an den Udo denken lasse. Und ich erkläre dir jetzt, dass du derjenige bist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du denkst dir den Udo genauso aus wie die Heidemarie, aber dein Problem ist, dass du nur das Heidemarie-Programm laufen hast. Darum kannst du auf die Veröffentlichung nur deine Informationen von der Heidemarie anschauen. Und das werde ich für dich umändern in dem Moment, wo du das anfängst zu verstehen. Das heißt, es ist niemals ein Gedanke, den du denkst. Ein Gedanke ist niemals mächtiger wie der Denker. Und jetzt wichtig, dass sobald ich jetzt das sage, wir an einen Denker denken und der Denker, den wir uns ausdenken, ist auch nicht mächtig, sondern der, der sich den Denker ausdenkt, der ist wichtig. Aber der ist jetzt wieder was Ausgedachtes. Der ganz vorne steht, ist etwas, was nicht gedacht werden kann, das sind wir zwei. Das ist das Rote, das nicht denkbar ist, das ist ewig und das bist du. Da musst du dir keine Gedanken machen. Die Schwierigkeit ist, es ist nicht wollen. Dann habe ich viel, ich will ja gehen, ich will ja weg. Ich sage, du bist schon wieder nicht einverstanden. Du willst schon wieder weg sein und nicht da sein. Du bist aber die Mitte zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, egal, ob du das oben oder unten oder Traumwelt und Wachwelt nennst. Du bist die Mitte dieses Nichts, das wie ich dick ist, immer in der Mitte ist. Und das, wenn das installiert ist, dann beginnt er vollkommen neu erfüllen. Und das wird jetzt sein. Hoffe nicht, dass es in der Zukunft passiert. Du wirst den Körper der Heidemarie nicht morgen verlieren oder übermorgen oder in zehn Jahren, was du sterben nennst, weil deine Logik läuft ja noch, sondern jedes Mal jetzt, wenn du nochmal an ihn denkst. Aber die Schwierigkeit ist, das Auflösen kriegst du gar nicht mit von deinem Körper. Die Leute haben so eine panische, die Leute, die Menschen, die ich mir jetzt denke, die natürlich genauso sind, wie ich sie mir ausdenke, immer daran denken, du bist ich. Die haben so eine panische Angst, dass sich ihr Körper auflöst, was die sterben denn nicht. Das passiert doch tausende Male heute. Das größere Problem ist, dass der immer wieder auftaucht, weil man das noch nicht verstanden hat. Und ich kann das, schau, jetzt habe ich was erklärt, was auf hunderten von, du weißt es, du hörst es, es ist auf hunderten, warum willst du das nicht wahrhaben, verdammt nochmal. Das ist dein Problem, der Zweifel. Der Zweifel ist der Teufel, sagt Udo eben. Es müsste dir doch reichen, dass wenn du weißt, dass ich dich unendlich lieb habe und dass ich nie zulassen werde, dass dir was passiert. Das sage ich jetzt aber nicht zu der Heide-Marie, sondern zu dem Geistesfunk, der mich interessiert. Mich interessiert nur der Geistesfunk, der jetzt träumt. Die Menschen interessieren mich heute überhaupt nicht. Das sind Figuren in einem Traum. Lass die Toten ihre Toten bekämpfen. Du bist ein Außerwälter. Du bist mehr als irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Du bist sogar mehr als irgendein Gott, den du dir denkst, den du ständig um Hilfe bittest. Das ist die Schwierigkeit. Man denkt sich einen Gedanken, man erschafft in sich einen Gedanken. Lass uns den Gott nennen oder Geist nennen und hoff, dass der mir hilft, als wenn ein Gedanke, den du denkst, dir helfen könnte. Ja. So ist das. Ja, das heißt es, aber es ist nicht installiert. Ja, genau. Und diese Angst, Hase und dieses Zweifel, Ängste. Das ist der Dachdraub. Das wissen wir. Das ist der Dachdraub. Wasser. Alles klar? Ja, ja. Und jetzt ganz kurz noch, wie schaut das jetzt mit dem Treffen aus? Und mit dem Jusuf? Kann ich auch noch. Ich mache mal die Aufnahmen jetzt weg, bei